Hey Leute, was geht ab? Wir spielen ein neues Spiel und das heißt Starkball. Ja, und das spielen wir jetzt. Und, ja. Ich sag so, 90% haben noch nicht den Kanal abonniert. Warum nicht? Aber abonniert den Kanal, sonst komm ich zu euch und boxe euch. Nein, Spaß Leute, aber abonniert mich. Und, ja. Warte, das dauert ein bisschen lange. Hallo? Oh, jetzt. Okay. Also, ich hab noch nie gespielt. Oh, er ist lädt da ein bisschen. Okay, los, los, los. Stopp. Los, los, los. Los, los. Oh. Oh. Ich weiß, da kenn ich ein neues. Okay, doch nicht. geschafft und ja geschafft Leute ich bin Level 7 und Level 8 was soll ich spielen wir spielen einfach das hier und ich habe schon gesagt dass ich also Sonntag immer nicht spiele also keine Videos mache weil ich Sonntag immer Pause habe und ja und ich habe das noch nie gespielt das hier und ok 12 9 ok Leute Felix willst du das siehst äh ja ich bin nicht so gut da ich habe ich habe Stift oh nein nein ich habe verkauft diese Musik ist so gruselig so nein 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 Leute so viele so viele will ich auch Stifte haben kann ich Stifte äh ne kann ich nicht ich brauche 1000 Münzen für das nein nein ok lass was anderes spielen das ja lass äh lass das 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 wie heute und ja später kommt noch ein Video aber ein Minecraft glaube ich oder weiß ich nicht ich mag immer Samstag viele Videos und ich grüße heute Felix der immer mich unterstößt äh was rede ich da ah ja ich grüße heute Felix der immer mich unterstößt also ja ok ich grüße heute Felix der mein bester Freund ist und Florian wenn du das siehst mit Felix und Adrios wenn du auch das siehst äh oh ja und ähm ja und Daniel und Sander und Atom und Anna und Miley ja ah nein erosu.de zeigt seine Hose ok ok das reicht we let's suck bam wir lernen okay wir suchen mal hier 25 die hast du okay und check mein neues wie mein video heute ab ich habe geld mit dir geld mit dir geht nein ich habe okay wir machen jetzt tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020